Ich bin Arthur, Elektroniker bei der Strabag BNTI in Hamburg. Grundsätzlich sind wir für die Stromversorgung auf der Baustelle zuständig. Dafür stellen wir sogenannte Baustromverteiler auf. Die schließen wir mit dem Kabel an und damit können die auf der Baustelle sämtliche elektrische Maschinen betreiben. Die meisten Störungen sind Stromausfälle, entweder dass du auf der Baustelle absolut gar keinen Strom gibst oder nur teilweise. Und das muss ich dann beheben und oft liegt das daran, dass ein Kabel beschädigt ist. Mein Vater war bereits Elektriker, hieß es ja damals gewesen, und der hat das mir auch ein bisschen nahe gebracht. Angefangen habe ich erstmal mit dem Ingenieursstudium der Umwelttechnik, musste aber beim Studium feststellen, dass das mir nicht so liegt, dieses im Büro sitzen. Und da ich schon im Studium bereits sehr viel mit Elektronik zu tun hatte, bin ich dann auf die Idee gekommen, die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik zu machen und habe dann bei der Strabag B&E die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Mir ist wichtig, meine persönliche, als auch die Sicherheit von den Kollegen und der respektvolle Umgang mit den Kollegen und dass wir gemeinsam oder auch alleine eine gute Arbeit absolvieren, die sowohl sich sehen lässt, als auch nach Vorschriften ist. Man sollte Interesse an der Elektronik und der Technik haben, außerdem handwerkliches Geschick mitbringen und Mathematik und Physik-Kennnisse sind auch nicht ganz verkehrt. Bau mit uns die Zukunft!